Hallo und Willkommen in fünf Minuten sind rum, wir testen unser nächstes Game jetzt im Moment Railway Valley das ist unser Game und jetzt wird es geladen wir wissen nicht was es ist wir testen es einfach mal und wenn es euch nicht gefällt postet es einfach aber es wird scheißegal was du das Video trotzdem mögen Instructions Instructions brauchen wir gar nicht, wir gehen natürlich auf Mainmenü ja Instructions brauchen wir nicht hat er recht New Game Name 3FX Echo 3FX Echo, ok 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 Trains Color, Blue Blue? Wir nehmen Violet Violet Where's Violet? Wir haben kein Violet, wir nehmen das da Was ist das denn? Ha 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 High Speed High Off 6O Level High, wir nehmen direkt alles auf Pro Okay mach mal weiter Wir machen einfach, ne wir gucken uns das an Auf rechts Bauen ok, ha 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 hann nicht guckt Ja Ja Wo muss ich denn jetzt draufdrücken? Um rechts um rechts Musik geht schon mal. WTF Fragezeugbutton to close So a male appears. Next. First hole in Red Dead Air close. Oh. Erster Fail. Du musst die Bolle wegmachen, du musst hier wieder flamieren. Ich take die Planierung. Sieht sehr geil aus. Wird immer teurer. Macht nicht, die haben wir noch Geld. Was ist das für ein Mann? Die lässt den Zug losfahren. Oh, ich glaub das zeigt, dass einmal der Zug fährt. Jetzt hab ich gegriffen. Was machst du denn? Nein. Äh, das war Fail. Ich glaub so wird das nicht. Vielleicht immer. Du brauchst die Geld eh. Ich kann was vergriffen, ich mach noch schnell. Oh, 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 es wird knapp. Nein! Nein! Oh, einfach schnell weiter. Oh, gerade weiter. Oh, gerade weiter. Aber weiter, weil es geht weiter. Wie ihr seht, fällen wir total. Oh, das geht nicht. Oh, das geht nicht. Jetzt brauche ich das einfach hier so ab. Dann nicht schnell auswerfen. Das geht nicht, das Zug ist zu steiß. Nein, das geht nicht. Das ist Zug. Der kann sich so gut umfragen. Das geht nicht. Der stirbt da jetzt. Der Zug kann nicht sterben. Oh, jetzt haben wir definitiv verloren. Scheiße. Ach, der fällt wieder zurück. Wir wollen einfach nicht mehr verloren. Ich komme nicht mehr hin. Der fällt jetzt eh wieder zurück. Ja, das war's dann. Okay, die Einschichtrunde haben wir. Jetzt wissen wir, wie es geht. Ah, hier kann man Weiche stellen. So, jetzt bin ich dran. Nein, nein, ich sehe nicht. Ich war nur Einschichtrunde. Nein, nein, ich bin jetzt. One round. Abwechslung, ab jetzt. Jetzt wissen wir, wie es geht. Ja, jetzt bin ich. Jetzt, 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 jetzt. Ey, ich muss doch nicht, Junge. Na klar, aber jetzt. So was kommt nicht in unseren YouTube-Kanal. Okay, go. Äh, das ist nicht, ja. Na ja, verbrauchen wir unser ganz... Verbra... Mach die Müde da weg. Na ja, gut... Ich warte, ich... Was auch immer das jetzt war. Mach ne Kurve. Mach ne Kurve. Fangen wir zum Verlass. Fangen wir zum Verlass. Das erste Level schaffen wir. Mit Sicherheit. Das bringt nichts. Das muss du nichts. Das muss du planieren. Was ein scheiß. Was machst du das? du denn da? Du musst doch nur die Ski... oh man! Nein, fahr jetzt zum Bahnhof. Scheiß Steuerung, oder? Boah, warte, 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 bauen hier noch eine echte Straße. Sag nur. Nein. Nein, 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 du musst doch was bauen, sonst kommt doch von zu einem auch noch, die knallen doch aufeinander. Ja. Eben, das war ja mein Plan. Vorher, das ist ja das Game jetzt zu retten. Ist okay, ist okay. Das macht sie nicht. Ist doch egal, boah ist zu Ende, der fährt zurück, mach! Ding, dir! Wie? Ja, scheiß hast du gemacht! Nein! Es ist egal, man trifft die... Wollt ihr so schnell? Wie scheiße! Du Idiot! Oh nein! Okay, du bist... Dann hab ich's eckig fällt, wir fressen ein anderes Game. Und ich darf anfangen. Also du hast eben doch gesagt, das ist ein Video enthalten. Nee. A new game from freefog.com Freefog.com Fuck you. Das ist gar nicht fog. Auch das ist so. Nee, steht da nur F.O.G. Free Online Games. Und nicht auf der Seite von Free Online Games. Das ist kein Fog. Nein, hat irgendwann ein Virus impliziert. Implementiert. Entschuldigung. Störgeräusche. Wenn ihr wisst, das war drei oder wie gesagt. Wow. Chaos Kahl. Es geht also darum, den größtmöglichen Schaden an der Kreuzung anzurichten. Ich glaub, man muss das grad verhindern. Oh. Ach du. Hey, doch der Schaden. Okay, warte, jetzt. Das war jetzt Instruction. Ah. 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 Was ist das für ein scheiß Spiel? Ich bin. Und rückt man. Es gibt gar keine Level oder so. Es geht einfach nur. Lass sie da rein fahren. Oh, du bist so ein Idiot, ey. Der kapiert das Spiel ist ein harten Kreuz. Sieht fast so aus. Das ist sogar ein Bonus. Warum ging die so ein Speed auf einmal? Okay, ich hab das Spiel nicht kapiert. Ja, das ist bitter. So ein Nu, ey. Und das Spiel ist so langweilig. Das ist geil. Woran du dich ja freust. Sehr realistisch, dass die alle Nitro im Tank haben. Und mit über die Kreuzung kommen. Ich wette, ich schaff eine Million. Ganz easy. Ich würde nicht zu früh wetten. Das war knapp. Du bist so doof. Du bist so doof. Du bist so doof. Okay, okay, Ende. Er hat gewettet. Er hat gewettet. Jetzt bin ich da mit Game on Zoom.